Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen in diesem Beispiel herausfinden, welche dieser Terme äquivalent zum gegebenen Term sind. Das heißt, wir versuchen diese Terme so umzuformen bzw. ihre Darstellung so zu verändern, dass wir diesen Term hier ebenfalls erhalten. Beginnen wir beim ersten Term 2 mal x minus 5 durch minus 2. Wir sehen jeder der einzelnen Terme minus 2 mal x hier plus 2 mal x plus 5 hier minus 5 plus 2 hier minus 2. Das hat exakt das gegenteilige Vorzeichen. Das heißt, wir könnten diesen Term, indem wir ihn erweitern mit minus 1, das heißt, wir multiplizieren, sowohl im Zähler als auch im Nenner mit derselben Zahl minus 1, auf diese Form hier bringen. Machen wir das, erweitern wir ihn mit minus 1, so erhalten wir minus 2 mal x minus 1 mal minus 5 ergibt plus 5 durch minus 2 mal minus 1 ergibt plus 2. Das heißt, es sind ja jetzt nur diese beiden Terme hier noch vertauscht. Das ist tatsächlich ein äquivalenter Term zu diesem hier. Sehen wir uns den nächsten Term an. 5 halbe minus x. Hier stehen beide Terme auf einem Bruch. Das heißt, versuchen wir auch hier, das auf einem Bruch zu schreiben. So müssen wir x erweitern und zwar mit dem Faktor 2, dass wir auf denselben Bruch durch 2 kommen. Also im Zähler und im Nenner durch 1, im Nenner mit 2 multiplizieren und wir erhalten 5 halbe minus 2 mal x halbe. Schreibt man das nun auf einen Bruch, so sieht man sofort, wir haben ebenfalls 5 minus 2 x halbe. Also auch das ist tatsächlich ein äquivalenter Term. Sehen wir uns den nächsten Term an, so können wir auch hier natürlich versuchen, den auf den Nenner 2 zu bringen. Wir müssen also mit 2 erweitern im Zähler und im Nenner. Das heißt, sowohl im Zähler als auch im Nenner mit 2 multiplizieren. Und da sieht man aber, wenn man diese Klammer hier ausmultipliziert, erhält man 10 minus x halbe. Also nicht den gegebenen Term. Also hier sehen wir, wir könnten versuchen zu kürzen. Und zwar, wenn wir gemeinsame Faktoren finden. Jetzt können wir zuerst im Zähler noch herausheben. Und zwar 15 ist ja nichts anderes als 5 mal 3. 6 ist nichts anderes als 2 mal 3. Das heißt, wir können den gemeinsamen Faktor 3 im Zähler herausheben. Und es bleibt übrig. 5 minus 2 mal x. Im Nenner, wie gesagt, habe ich 6 als 3 mal 2 angeschrieben. Nachdem ich hier den 3er nun kürzen kann, sieht man, auch das ist tatsächlich eine äquivalente Darstellung zum gegebenen Term. Nächster Term. Minus 5 minus 2 mal x minus 2. Hier sehen wir im Gegensatz zum ersten Term, wo wir ja festgestellt haben, jedes Vorzeichen ist gegenteilig, dass das für ein Vorzeichen nun nicht mehr stimmt. Nämlich das Vorzeichen bei minus 2 mal x. Das ist dasselbe. Bei 5 ist es das Gegenteilige. Bei 2 ist es das Gegenteilige. Das heißt, multiplizieren wir mit minus 1, geht sich das auch nicht aus. Wir kommen ebenfalls nicht auf diese Darstellung. Also kein äquivalenter Term. Kommen wir zum letzten Term. 5 minus x Quadrat halbe. Und wir sehen schon, aus dem y mal x wurde einfach ein x Quadrat. Das stimmt zwar für genau einen Fall, also für genau eine Zahl, nämlich die Zahl 2, für die das Doppelte das gleiche ist wie ihr Quadrat, aber ansonsten für keine einzige Zahl. Also nein, das ist ebenfalls keine äquivalente Darstellung für alle x. Somit haben wir alle äquivalenten Terme identifiziert und das Beispiel ist richtig gelöst.